Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl eingeleitet. Dem CDU-Politiker wird vorgeworfen, ein vertrauliches Anwaltsschreiben an einen Journalisten weitergeleitet zu haben, so die Staatsanwaltschaft am Mittwoch. In einer Sondersitzung des Innenausschusses soll Strobl laut Medienberichten zugegeben haben, in einer Affäre, um Vorwürfe der sexuellen Nötigung durch einen ranghohen Polizisten das Anwaltsschreiben weitergegeben zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelte nun sowohl gegen den Journalisten als auch den Innenminister. Die Opposition forderte am gestrigen Mittwoch den Rücktritt von Thomas Strobl. Der CDU-Politiker hatte dieses bisher jedoch abgelehnt.